In unserer Gesellschaft nimmt zum Beispiel die Überwachung immer mehr zu. Gut ist das nicht, denn jemand, der sich beobachtet fühlt, verhält sich anders, als jemand, der nicht beobachtet wird. Von seinen Freiheitsrechten nimmt man nicht mehr in dem Umfang Gebrauch, wie man es anonym machen würde. Was zum Beispiel die Meinungsfreiheit einschränkt. Um nicht negativ aufzufallen, passen sich nach und nach immer mehr Menschen der Norm an. Innerhalb einer Gesellschaft würden so langsam die Andersdenkenden und Originale aussterben. Diese Einheitsgesellschaft wäre nicht mehr in der Lage, sich geistig und sozial weiterzuentwickeln. Intoleranz würde zunehmen und die Fähigkeit zur Innovation verkümmert. Deswegen sollten wir ab und zu einen Blick auf das Thermometer werfen und schauen, wie heiß das Wasser für uns schon ist. Sie haben die Mächtigen für sich eingespannt. Sie haben alles unter Kontrolle. Wacht auf, sie sind mitten unter euch, überall. Sie haben euch für die Wahrheit blind gemacht. Zieh hier durch. Sie sind sicher, solange wie sie unentdeckt. Ich weiß nicht, was die sind oder wo die herkommen, aber wir müssen sie aufreißen. Sind unsere Herrscher. Wir haben keine andere Wahl. Das gefällt mir gar nicht. Wir sind in einer Art auch versetzt worden. Du musst mir jetzt zuhören. Wir alle sitzen in der Klemme. Kontrollieren uns. Es wird endlich Zeit, den Spieß umzudrehen. Bring! Ein Knopfdruck! Bang! Ich dachte, ich komme mal vorbei. Kau-Kau-Gummi und trete ein paar Läufen in den Arsch. Nur leider habe ich kein...